Ratgebergeld.at. Die Zukunft des Tradings beginnt hier. Herzlich willkommen zu einem neuen Marktbericht hier auf Ratgebergeld.at am Montag, den 25. Oktober 2021. Bevor wir uns mit dem heutigen Marktbericht auseinandersetzen, ganz kurz der Hinweis noch auf unseren großen, 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 großen Podcast. Morgen um 12 Uhr, Dienstag 12 Uhr und zwar findet ihr es hier auf der Startseite randgebergeld.at, findet unser Podcast statt zum Thema Trading Strategien hier live aus der Traders Launch. Die Einladungen an unsere Abonnenten sind bereits rausgegangen und wenn es hier noch freie Plätze geben sollte, werde ich diese ab morgen Vormittag hier auf der Landingpage ratgebergeld.at-podcast noch veröffentlichen. Es wird ein super, super nice Event mit Gästen Andreas Fink, Max Heidel, Andreas Bernstein und freue mich schon irre drauf und ist auch dann das Top-Event dieser Woche. Denn ab Mittwoch befinde ich mich dann nicht am Desk, das heißt Mittwoch, Donnerstag, Freitag müsst ihr dann kurzfristig ohne mich auskommen. Aber morgen legen wir noch einen oben drauf und geplant sind diese Podcasts dann einmal im Monat. Und wir werden immer wieder sehr, sehr interessante Themen dann auch besprechen. Also wie gesagt, wir starten jetzt einfach mal mit Trading Strategien und werden dann die verschiedensten Themen dann hier erörtern und ich bin auch sehr, sehr gespannt auf den Input von euch, auf den Input der Trader und welche Themen wir hier in den kommenden paar Monaten und vielleicht auch Jahren im Rahmen dieser neuen Serie hier abarbeiten werden. Also sehr, sehr nice, freue mich auf alle Fälle sehr darauf und freue mich natürlich auch auf eure rege Teilnahme dann morgen auch bei diesem Podcast. Nun aber wieder zurück zum Gesamtmarkt. Andreas Munter weitergegangen, auch im Laufe der folgenden Woche, brachte uns natürlich wie gewohnt weitere sehr, sehr schöne Zugewinne und ja, so soll es ja auch sein. S&P 500 Index ist mittlerweile wieder auf einen neuen All-Time-High angekommen. Wer hätte das vor zwei Wochen noch geglaubt, aber genau hier bei diesem Turning Point, Mittwoch, Donnerstag vor zwei Wochen haben wir den Drehpunkt an den Börsen ausgerufen und das war wieder punktgenau, genau der, ja, der Punkt, um es treffen, da kann man es nicht formulieren, um dann wieder ordentlich long zu gehen. Und gerade in dieser Phase, September, Oktober bis Mitte Oktober wurden wieder sehr, sehr viele Trader aufgeregt. Der Markt geht nach unten, die Börsen laufen nicht, die Breakouts gehen nicht, die Momentum Trades gehen nicht und jeder, der sich hier einfach diszipliniert zurückgelehnt hat und gesagt hat, ich mache jetzt einfach weniger, bis mir da Markt das Signal für den Turning Point gibt und das Signal für den Turning Point hat uns der Markt hier gegeben. Der hat die gesamte Korrektur absolut schadlos überstanden, war diszipliniert, hat wenig gemacht und ist dann erst wieder in den Markt hineingegangen, als wir, ja, letzten Endes die klaren Kaufsignale bekommen haben und jeder, der also jetzt sein Portfolio innerhalb von ein, zwei Tagen von vielleicht 10% wieder auf 100% long gebracht hat, der hat in den letzten zwei Wochen ordentlich abräumen können. Genau, that's the game. Wir achten auf den Gesamtmarkt, die richtigen Signale dazu kriegt ihr von mir hier auf ratgebergeld.at und dementsprechend geht es eigentlich nur noch darum, dann die richtigen Setups zum richtigen Zeitpunkt auszuwählen. Nichtsdestotrotz, der Markt ist stark gestiegen, dürfen wir nicht vergessen, wir haben jetzt innerhalb von eineinhalb Wochen 5% am Wert zugelegt, eine Korrektur ist mehr oder weniger fast logisch, ja, Minimum einmal runter in Richtung EMA 9, eventuell sogar runter in Richtung EMA 20, wobei, der bewegt sich natürlich stetig weiter nach oben, also ist zumindest jetzt einmal von mir die Erwartung für die nächsten paar Handelstage und es wird natürlich auch wahnsinnig spannend diese Woche, wir kriegen ja heute schon die Zahlen von Facebook, es geht dann weiter mit Visa, mit Apple, mit Amazon, mit AMD, mit Alphabet, alle wichtigen Unternehmen liefern diese Woche ihre Quartalsergebnisse und das wird natürlich einen sehr, sehr starken Einfluss haben, nicht nur auf den S&P, sondern natürlich auch vor allem auf die Nasdaq, und gerade Nasdaq hat Freitag der vorigen Woche relativ deutlich nach unten gedreht und wir sind auch zum allerersten Mal seit zwei Wochen wieder auf die Short-Seite kurzfristig gegangen, warum, weshalb, weswegen, es war eigentlich relativ schön zu sehen, oder? War schön zu sehen, ja, wir hatten also hier diesen relativ klaren Breakdown in Richtung Süden, haben dann hier in Richtung Pivotpunkt S2 einmal die ersten Teilgewinne mitgenommen und haben dann gesagt, okay, jetzt schauen wir uns einfach mal den Gesamtmarkt an, sollten wir drehen, gehen wir wieder raus, sollten wir nicht drehen, bleiben wir Short und, ja, wir haben dann hier mal ein bisschen gedreht, das war dann sehr, sehr schön zu sehen hier im 15-Minuten-Chart, dass wir hier diesen Breakpunkt nach oben bekommen haben, das war so circa um 18.30, nicht ganz 19.00 in unserer Zeit am Freitag, genau da haben wir dann die letzten Short-Positionen auch sehr, sehr schön aufgelöst und gehen dann wieder aus unseren Shorts raus. S&P habe ich noch immer als Hedge auf der Short-Seite, weil, wie gesagt, ich mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit von einem Pullback in Richtung EMA 9, EMA 20 ausgehe, wobei, es gibt natürlich keine Garantie dafür, also schöner wäre es, wenn wir den Pullback bekommen, wenn wir keinen bekommen, müssen wir davon ausgehen, dass wir dann eine zu übertriebene Rallye bekommen, die dann so oder so dann in einer ganz, ganz heftigen Abwärtsspirale dann wiederum enden dürfte. Aber vorerst einmal stehen alle Fahnen auf grün und ich glaube auch, dass von jetzt an kleinere Pullbacks eher mehr gute Kaufgelegenheiten sind als umgekehrt. Bei den Metallen tut sich ein bisschen was, Gold, ein bisschen aufgewacht, noch nicht ganz, aber wir sind nach wie vor hier eher mehr in dieser Side-Werts-Range, die wir jetzt schon seit vielen, vielen Monaten haben und ja, es beginnt sich ein bisschen zu stabilisieren, ja, es sieht ein bisschen besser aus und darum auch heute auf unserer Watchlist zum ersten Mal wieder mal die ein oder andere Gold-Aktie, ja, werden wir uns dann später auch ein bisschen anschauen. Besser gefällt mir ehrlich gesagt derzeit Silber, denn Silber war dermaßen klar in einer Abwärtsspirale, ja, da sind wir jetzt deutlich rausgekommen, haben zum ersten Mal seit fast einem halben Jahr den 50-Tage-Durchschnitt wieder gebrochen und ich glaube Pullbacks in Richtung 22 sind sehr, sehr gute und willkommene Kaufgelegenheiten. Einen Trade, den ich eventuell jetzt noch am Vormittag machen werde, ist Kupfer, ja, wir hatten eine massive Rally in Kupfer und haben gesagt, hey, wenn dann nicht nachjagen, ja, wir brauchen einen Pullback zurück zu dieser Ebene, der Pullback ist sehr, sehr schön gekommen und wir scheinen jetzt am 20-Tage-Durchschnitt, genau wo wir also Kupfer haben wollten, jetzt gerade auch wieder zu drehen, das heißt, das könnte durchaus ein mögliches Kaufsignal hier werden, um hier den Rohstoff heute noch mit ins Portfolio zu nehmen. Palladium oder was, Platin, muss ich selber jetzt nachschauen, ganz kurz in meinem Portfolio, ich glaube, ja, Platin haben wir uns bereits Ende der folgenden Woche eingekauft, den Trade schauen wir uns dann natürlich nachher noch zu gegebener Zeit hier an. Ölpreis weiterhin Long & Strong, die Rally geht weiter, wir sind momentan hier an der oberen Widerstandslinie angelangt, wobei, muss nicht heißen, dass wir also deswegen notgedrungen nach unten gehen. Häufig sehen wir, also hier hatten wir die Stufe 1, jetzt haben wir die Stufe 2, häufig sehen wir bei solchen Rallys dann noch Stufe 3, dass die Kurse dann überdimensional stark nach oben gehen, fast schon vertikal durchaus auch möglich, hier beim Ölpreis, why not? Aber, wie gesagt, ich halte momentan den Rohstoff nicht mehr für sehr attraktiv auf diesen Ständen, nach kleineren Korrekturen, nach kleineren Pullbacks sehr gerne, aber momentan vielleicht ein bisschen zu high. Vielleicht nehmen wir uns auch die Bits hier mit in die Watchlist wieder auf, es gibt ja schon seit geraumer Zeit ja einen Bitcoin ETF, den wir immer wieder dort und da mal traden, den Grayscale Bitcoin Trust, jetzt gibt es auch diesen BITO, diesen neuen ETF, der also folge Woche an die Börse gekommen ist, Friede, Freude, Eierkuchen, alle haben abgefeiert, 7% plus in zwei Tagen, dann ging es mit den Bitcoins runter, minus 8%, ja, so sehen sie halt mal, aber insgesamt sehen die Bitcoins derzeit sehr bullish aus und dementsprechend wiederum eine neue Geschichte, die man also hier an den Börsen handeln kann und wir werden es auch dort und da immer wieder ganz gerne mal anschauen, aber wie gesagt, momentan sehe ich jetzt aktuell zumindest noch kein neues Kaufsignal, erst dann, wenn wir vielleicht nach einem Pullback in Richtung 20-Tage-Durchschnitt bei den Bitcoins dann wieder drehen sollten, das könnte ein eventuell gutes Kaufsignal hier werden. Schauen wir mal, Euro zum US-Dollar nach wie vor bärisch, gibt absolut keinen Grund hier momentan irgendwelche Long-Positionen zu spielen, wir sind also in einer ganz, ganz klaren Abwärtsbewegung, Break in Richtung Süden wurde zumindest jetzt einmal aufgehalten und ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir sogar diese Woche in Richtung 1,17 gehen, es wäre aber letzten Endes nichts anderes als wir im Bounce in einem übergeweiteten Abwärtstrend und die nächste Zielmarke bleibt vorläufig zumindest, was den Chart angeht, der kann uns natürlich jederzeit vom Gegenteil überzeugen, das ist das Schöne bei den Charts, aber vorläufig würde ich hier nach wie vor ein Kursziel in Richtung von 1,11 sehen. Kommen wir also somit zum aktuellen Portfolio, Portfolio, also wie gesagt, Platin haben wir uns gekauft über VZLA, das ist ein ETF, der auf Euro-Basis notiert aufgrund des Breakouts, hier am Freitag in Richtung Norden, allerdings haben wir jetzt diesen Breakout nicht ganz halten können. Ich habe jetzt hier aktuell keinen Stop drinnen, liebe Leute, sondern ich achte jetzt eher mehr darauf, werden wir den 20- und 50-Tage-Durchschnitt halten, solange wir diesen halten, bleibe ich also derzeit long, was Platin angeht und wenn wir über unter den 20- und 50-Tage-Durchschnitt brechen sollten, dann gehe ich wieder raus, aber insgesamt sieht das ganz okay aus, auch im Wochenchart haben wir einen sehr schönen Breakout in Richtung Norden und den gibt es ja auch nicht aller Tage, aber die Breakouts in der Vergangenheit gab immer wieder auch dort und da ganz gerne mal Pullbacks, also letzten Endes kann man sich auch darauf einstellen, dass also selbst ein Pullback zum 20- oder 50-Tage-Durchschnitt ganz okay wäre. LPX haben wir bei Späche in Richtung Support eingekauft, wir haben auch die ersten Teilgewinne bereits in Richtung 66 schon mitgenommen, Rest des Trades sichere ich jetzt mal ab, unter dem Tief der großen roten Kerze hier geht es da runter, bin ich raus aus dem Trade und habe trotzdem gut verdient, wenn das Tief hält und wir gehen weiter nach oben, sieht LPX natürlich hier im längerfristigen Chartbild nach wie vor absolut Bombe aus, wunderschöner Breakout in Richtung Waden, der noch weiter gehen könnte. Dollar Tree haben wir uns auch schon die ersten Teilgewinne mitgenommen, nach diesem Momentum Breakout hier aus dieser kleineren Konsolidierung, Kurs die Lines nach oben jetzt erreicht, in Richtung 200-Tage-Durchschnitt, eventuell gehen wir also auch hier noch in Richtung Gap-Fill, aber spätestens in Richtung 105 wird die Luft dann vielleicht ein bisschen enger, vielleicht dann hier ein bisschen aufpassen und mal schauen, wie wir dann mit dieser Ebene umgehen. Das letzte Mal war eine Zwischenrailing in Richtung Gap-Fill, genau hier zu sehen und dann treten die Märkte auch relativ deutlich wieder in Richtung Süden, aber der Trade läuft momentan gut und dementsprechend belassen wir die ganze Geschichte ja vorläufig weiterhin so. So, Freebot McMorrin war ein sehr schöner 10% Trade in Richtung Waden, wir haben den überwiegenden Teil unserer Gewinne jetzt auch folgende Woche mitgenommen, bei 39, knapp vor den Earnings und das Tief der folgenden Woche ist eine super Referenzmarke, gerade für Swing Trader, um die Position hier abzusichern. Sehen wir den Breakout über 39, würde ich also hier die Position definitiv wieder weiter aufstocken, unter dem Tief der folgenden Woche würde ich die Position beenden, aber bleibt nach wie vor ganz oben auf meiner Watchlist, obwohl ich sie auch noch hin schon im Portfolio habe. Merk haben wir ja sehr, sehr lange drauf gewartet, also sicher 6 Handelstage, ob die Aktie hier dreht oder da dreht oder da dreht oder da dreht, auf alle Fälle haben wir den Turning Point dann folgende Woche sehr, sehr schön erwischt, sind hier rein und haben dann einen Stopp unter das Tief der Woche gesetzt, haben jetzt aktuell schon das Risiko verdient, wunderschöner Breakout aus einer großen, großen Formation, die also durchaus noch Reichweite in den nächsten paar Monate nach oben haben könnte. Also Merk gefällt mir extrem gut, ich bleibe auch hier dabei, die ersten Kursziele möchte ich so in Richtung kleinen Widerstand mitnehmen und dann den Trade dann einfach weiterlaufen lassen. Und nicht vergessen allerdings diese Woche die Zahlen von Merk, die werden natürlich auch auf den Tisch kommen, kann natürlich mitunter auch den Trade dann positiv oder auch negativ beeinflussen. SPG weiterhin sehr gut am Laufen, hier haben wir den Breakout in Richtung Norden, sehr schön getradet, war auch längerfristig ein Monster-Breakout im Wochenchart, auch da gibt es alsbald Zahlen, also sehr, sehr viele von den Unternehmen, die wir im Portfolio haben, liefern alsbald Zahlen und dementsprechend hier immer wieder aufpassen, dass man vielleicht vor den Quartalsergebnissen nicht zu viel noch von diesen Positionen on Air hat oder zu viel im Portfolio, denn es kann mitunter natürlich auch zu einem oder anderen etwas negativen Überraschungen führen, aber es sieht weiterhin sehr stark aus. AER haben wir folge Woche im Pullback zum 20-Tage-Durchschnitt eine vieler Position aufgebaut, am Ende der Woche waren wir da schon mit 7% vorne und wir stehen auch da knapp davor, jetzt im Wochenchart diesen ganz, ganz großen Breakout nach oben zu schaffen, also eventuell eine Position, die wir vielleicht sogar noch weiter aufstocken werden. Schauen wir uns einfach mal an, wie die nächsten paar Tage hier laufen und wie wir dann hier weiter vorgehen. AD&T, auch ein sehr schöner Trade, den wir hier beim Breakout bereits aufgebaut haben, und dann in Richtung Gap nach oben hier die ersten Teilgewinne mitgenommen haben, jetzt haben wir den Pullback in Richtung Süden gehabt und Stop ist auch hier unter dem Tief der folgenden Woche hier platziert, das heißt auch hier haben wir eine definitive Gewinnerposition, die wir jetzt also im Endeffekt nur noch schön absichern müssen. Jo, und ansonsten, wie gesagt, wir haben am Freitag auch ein bisschen was geschlossen, AMD jetzt in Richtung Widerstand, alle Gewinne mal vom Tisch genommen, es war ein sehr, sehr schöner Trade, von hier unten haben wir begonnen und das waren jetzt satte 13% innerhalb der letzten 6, 7 Handelstage, Zahlen von AMD kommen morgen, dementsprechend glaube ich auch, dass das eine gute Möglichkeit ist, jetzt einfach mal die Gewinne mitzunehmen. Für alle, die noch drinnen sind, wir hatten ursprünglich die Idee Bar bei Bar Stop, das heißt, die können also ihre Stops unter die Tiefs von Freitag platzieren, kann jeder für sich selber entscheiden, ob er das Risiko oder die Chance der Earnings auch hier mit eingehen möchte oder nicht. Sim war auch ein sehr, sehr schöner Trade, Breakout in Richtung Norden, Teilgewinne bei Stärke mitgenommen. Freitag waren wir dann ein bisschen zu schwach unterwegs, wir haben also hier die 30 Minuten Ebene nach unten gebrochen, wer seine Stops eine Ebene tiefer hatte, ist nach wie vor im Trade drinnen, aber wie gesagt, ich sehe da gute Chancen auf Re-Entries, wenn die Aktie weiter nach oben geht, wir wissen, die Shipping-Aktien sind definitiv immer wieder für einen Trade gut und eventuell, schauen wir mal, mache ich hier vielleicht heute sogar einen Re-Entry über 50 mit einem Stop unter dem Tief von Freitag und versuche dann die nächste Aufwärtswelle, die durchaus im Reich von 60, 62 gehen könnte, hier weiter zu traden. Also bleibt natürlich auf der Watchlist für mögliche neue Zukäufe. Einzigen Trade, den wir dann auch am Freitag ebenfalls noch geschlossen haben, aber es war auch ein Gewinn-Trade, weil wir es auch hier in Richtung Stärke, Teilgewinne mitgenommen haben, das war Plug Power, die hat den 5-Tage-Bewischnitt und auch das Tief der letzten beiden Tage doch relativ deutlich gebrochen, war aber nicht die Einzige, also die Brennstoffzellen sind am Freitag hier ein bisschen abgestürzt, das Ball hat Power, großes Fragezeichen, ob wir diesen Breakout hier halten können, auch Fuel Cell ist ziemlich eingegangen hier zum Ende der folgenden Woche, also vorläufig ist hier mal die Musik ein bisschen draußen, da bleibt es jetzt abzuwarten, ob da wieder ein bisschen Musik hineinkommt oder nicht. Soweit zu den aktuellen Positionen, wir kommen also jetzt zu den möglichen Long-Positionen für diese Woche. Bis zum nächsten Mal! Vielen Dank.